Hallo Leute, wir sind zurück an einem Let's Play Legger auf Legends. Legger. Und dabei sind der Leon und der abwesende Tom. Legger. Und ich spiel Pantheon in Dragon. Und soll ich mal kurz für die Leute das Leggen machen, um zu gucken, ob meine Aufnahme gestartet hat? Ach ne, ich hoffe jetzt einfach. Ich guck einfach, das ist egal. Okay, okay, hat gestartet. Gg. Sollte man das einfach auf den zweiten Bildschirm legen, ne? Oh ne, jetzt verwirrt mich das. Das wäre eine Überlegung. Erst mal Musik anmachen. Ja, die Musik. Auf Doom. Das ist irgendwie, ich glaube, zu laut. Scheiße, mit Pantheon sollte man eigentlich noch mehr Attack Speed am Anfang haben. Leute, da draußen, da ist gerade Drachen lang geflogen. Ach wirklich? Der fliegt sogar hier ganz am Anfang lang. Äh. Weißt du nicht, du hast doch das Hand of Blood Video gesehen, den Loop. Nö. Nicht? Du hast gesagt, du hast es gesehen. Ja, das neueste von heute. Nö, eben. Ja, da kommt das nicht drin vor. Doch. Nein. Nein. In Leufex kommt das davor, dass der da als erstes kommt. Ja, in den letzten, in den letzten. Aber nicht in den, die heute rauskamen. Also, die habe ich noch nicht geguckt, aber. Heute kam, dass es da unten in der Summer gegnerischen Base langkommt. Nein, das kam wirklich. Hä, das kam nicht heute. Heute, letztes Mal kam, dass es oben langkommt, wo auf der Top-League. Nein, nein, in der vorletzten kam, dass es da unten auch langkommt. Wie auf ne heute die Folge, ne? Nur? Da kam das nicht. Ich habe die Post geschaut. Alter, ich klinge gerade nicht fahren. Ups, ich hätte es meinten gemacht. Alter, der langsame Attack-Speed von Kayle am Anfang ist so eklig. Vor allem, wenn man alles gewohnt ist. Ja, vor allem, wenn man jetzt vorher einfach ne halbe Stunde mit 2,2 Attack-Speed gespielt hat. Genau, das hat Tom gemeint. Ja, ich wollte es nochmal erklären für die Zuschauer, die nicht so geistig auf dem neuesten Stand sind. Alter. Eben, QT, also bitte. Idiot, cool. Ich bin so ein Troll. Solche Level, du sollst was platt holen? Ja. Gegen Rift ist sogar easy. Ja. Der hat jetzt mal ein Schild, aber sie kann nichts. Wer ist der vor? Der spielt eigentlich Diamond, übrigens. Er hat eigentlich Snowf. Kale ist einfach Main Champ, alter. Dein Main Champ? Ich hätte mit Toplane gucken sollen, ich bin so ein Troll. Aufnahme Nu Ja Ich mach das nicht so oft Alter ich werd übste Rest von der Annie Oh 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 Ich komm dann mal Was? Was? Lol das geht übste Geil mit Pantheon GG Was? Junglen Ist halt ein Pantheon ne? Ist halt ein Jungler Die haben Garen Gangplank auf der Bot Ist ja mal krass Hat der Sultan Gangplank? Ne normalen Aber Sult... ne komm geht rauf Da hat ein Sultan Gangplank Der wird eigentlich noch gerade ein Kill gemacht Stoppt ich stoppt ich stoppt Einfach da ks Einfach da ks Einfach ks Einfach ks 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 Tf typisch Ist ja egal Ich hab nen Kill Die wär übrigens glaube ich nicht gestorben Ne egal es war einfach zum ks Habs genau gesehen Alter die macht mein Pinquad weg Genau okay Ich komm einfach noch dreimal mit lane Ks Okay das bildet jetzt aus Nein ist das bitte dreimal Ja dreimal mehr nicht Jetzt kauft man sich mit dem ja ok Das ist eigentlich eine gute Idee Ähm Ich hab immer versucht ranzuspringen und ich dir einfach drücke danach Ja doch komm Ich müsste eigentlich noch ein paar Worts kaufen aber Oh Oh Aber Killsteal Ich hab den dritten Bildschirm Ich hab den dritten Bildschirm Willst du die Slone Ich lose ich die Beffe Oh Ne ich will die eigentlich nicht slonen Der Block jetzt gehst du auf k leon geht jetzt auf k ich hab ihn gestealt kommt geht drauf du musst natürlich auch was machen so ein trottel ach so aus dem umschalter bei gedruckt gehalten so von wegen cornerstrike gut gute idee umschalt ist bei mir so um automatisch angreifen das nächste ziel macht Sinn das war richtig dumm was ich gerade gemacht so richtig dumm also der Gang war wirklich schlecht schrecklich also gott verzeiht ihr bestimmt neben nur wenn ich leonie frage leonie 100 euro bezahlst du bitte zu vielleicht für dich ja mein pink steht immer noch sehr gut deswegen bezahle ich ihr ja auch jeden tag 100 euro man das habe ich gehört die millionen ich nehme alles zurück die level advantage von mir alter die level 1 gemacht so wenig schaden das ist echt deprimierend aber der level 3 e ist schon nice jetzt ist aber enemy missing dann geht doch nicht die rippen deckt jetzt nicht den tower e das job der flash schaden rein nur kraft bis sich die text von mir ins hat kein mal also es sonst hätte er hatte 300 auto text gemacht was ein starker mit alter ich habe auch der text der mitsch das habe ich überhört alter das ist so unglaublich wie scheiße ich hier anstelle das ist mir auch aufgefallen aber ich habe es mir wirklich nicht getraut das zu sagen geht eigentlich blaue verstärkung oh sie hat mich gesandt deshalb mit der wahl wir haben friedlich ist blaue verstärkung wirklich blaue verstärkung nimm dir ach allein ich hab das nicht da war ich zu creepy ich habe eine idee ich nehme mit den gegnerischen und du kriegst unseren mich schnell zum gegnerischen holten das ist auch genug möglichkeit jetzt aber ist egal ja hol sie dir alter nein ich habe ich nicht naja deswegen gehe ich erst mal zu gegnerischen damit die gegnerische safe ist und dann können wir deine machen ok nein nein ich habe es ausgemacht weil ich dachte man kann ein wort einfach so hat sie auch mitgegengen nee es macht keinen spaß der teleport halt nicht oh aber schon besser wieder so ein bisschen mehr attacks als letztes boah krieg ich krieg ich bisschen assistance ich bin echt schlecht dafür dass er mich übelst auszünd krieg ich bisschen assistance naja boah leon ja wie soll ich nicht da assisten reinflaschen genau rein pushen damit ich dort raus kann flaschen hab ich gesagt ja oder so oder so hab da gepusht also wenn du hast oder mir sagen dass dann riven kommt ja ich hab gesagt ich hab gesagt die ist back ja und das gesagt das will keiner hören selber schuld ne ja ja und das habe ich gesagt ich brauche assistance das heißt ja nicht leon ich brauche assistance hätte er auf der botlane sein können ich guck da nicht auf die map nicht ich bin hier nicht bei cs und den habe ich in silber gecarried schlimm ne der nicht auf die map guckt ich hab die ausgeblendet ich hab die ganz ausgeblendet dann kann man doch was hier einstellen in ich bin ich gar nicht wir haben nicht wie war die gegner nein eklig kenne ich die riven geht schon wieder auf das beste ernsthaft ernsthaft der tower ist da da greift er dich noch an ernsthaft verrückt riven ist jetzt backfried du darfst auf das könnte eine riven sein mhm ach ne ist noch da nöch der hat kein der hat nichts der hat nichts komm ach die hat mana das ist das problem aber kein stun und teile keinen tipp aus doch der läuft da lang naja überhaupt den haben die eigentlich im jungle ne shivana aha war nicht einmal top oh hallo shivana hättet einmal nicht engage'n sollen alter warum greift mich der tower da noch an mhm what the fuck das hat der für eine range da ist ja shivana irgendwo manchmal auch das gefühl die die wurde gemacht die range weißt du auch warum kriege ich assistance idee ja ich glaube ich pushe ich farm jetzt einfach nur noch ja aber ich werde übers eingekesselt ich habe keine ich habe keine form am anfang einfach den fehler gemacht nein oh mein gott das ist einfach schlecht das ist richtig ich brauche nichts mehr ich will ja nicht um eingedrängt zu werden oh die rüben die ist so lau top lane ist zwei free kills ich bin auch free kill ja fahrguck mal die top lane an das habe ich ja so gut warte ich kann dich nochmal nicht um das habe ich ja sogar wirklich gerade easy die fuhr gg komm push mal ran ich habe kein mana ja push ist das nicht er hat die ein ding Teleport? Ne Ignite Ah, der ohne E-Push ist echt ne Hau noch zweimal auf den Tower oder so und dann geh weg Ach stop, hab keine Lust Hab keine Lust auf dich Du bist einfach leben So, meine Güte Jetzt gehts los Jetzt gehts los Jetzt putzen wir einfach die Katze weg Ne, das ist Jetzt katzen wir die Putze weg, Alter Den schon, den schon Wuch Wir putzen die Katze weg Ah Kannste mal sehen Wir sollten ein Format aufnennen und das die Putzfrauen nennen Richtig originell Ne Tom, kommst du mal hier her? Hier ist ein Gangplink irgendwo Da ist ein Gangplink Aber ich kann grad mitte pushen Wollen wir mal Drake schnell machen? Tom, hast du Teleport? Leon, hast du Teleport? Ja Was zu? Was zu? Das ist grad so ne komische Reven Kommst du mal kurz Ah Wir haben hier ein Wort Wir haben hier einen Wort Wir haben hier einen Wort Kommen wir auch Hallo, bin auch da Boah, ist das Gift, Alter Ne, die haben einen Smite Wir haben keinen Smite, lass es Das ist übster Crap Alter Du müsst die Shyvana schneller töten, als sie smiten kann Viel Spaß dabei Ja Ja Ich ulte den Dreck einfach, dann kann er nicht gesmaltet werden Hallo Kommst du solltest QA aufsparen Warum Scrap Alter der Blitzkränk ist so inkompetent Das ist richtig schlau Ach gut Hast es gesehen, Fritur Oh mein Gott Alter Ja Oh mein Gott, Alter So ein Und dann lacht der auch noch Äh Fritiger NoHand, äh Hier ist ne Ribbon Alles mir egal Alles mir egal Ja, Toms Hat die Annie viel Schaden, Tom? Ja Ist ja uncool Komm, wir töten die Annie jetzt Aber Go go for Annie Ne, die hat ein Splash, äh, es dann Ja Warum macht die so viel Schaden mit einer Crew? So, ich verworte den Blitzkrank jetzt Das ist nämlich Ausländer und Schatz Ich hab ihn jetzt aus auf Deutsch Alter Du bist cool Ja, klar, so cool Ja, klar, so cool Ja, du bist auch Ausländer, sozusagen, ne? Ja, dann denkt der auch, Gott, diese Ausländer schon wieder Wie immer den Chat spammen Schlimm oder was? Ähm, glaub ich das denn? Ganz schlimm Na ja Komm mal auf die untere Linie Eigentlich ist es dumm Nein, ich hab das natürlich egal, was er denkt Ja, das Gefühl der Blitzkränk ist richtig gut Da muss manche Mannschaft Prioritäten sitzen bleiben Meistens setzt man sowieso die Falschen Kann ich die Riven umbringen? Ist die gut? Nein Ja Nein Ja Nein Warum gibt ihr keine Kills? Was? Warum macht man der Crew keinen Schaden? Macht viel aufs Kurse Schaden Das ist doch diskriminierend Komm, wir machen den gegnerischen Red Man braucht da keine Hilfe Oh Komm, wir machen Annie Den Gegner ist ein Bluber Oh, sie riven nur flech Äh, Annie Aber hier sind die Riven, die kommen gleich, ne? Der Riven ist da oben Der Riven ist da oben Danke Der Riven ist weit weg Aber das ist ein Shyvana Ey, ich hab dich nicht geholtet, dass du dann stirbst Ja, es tut mir leid Die Was? Hat die Shyvana mein Red gemacht? Nee Der ist noch da Den hab sie nicht gemacht, aber vielleicht Riven? Nee Die Riven war doch ganz so stark Oh, ich hätte es vielleicht sogar geschafft Ich hätte zwei fighten sollen Alter, ich krieg ja keine Kills Ich dachte, die anderen kommen da auch noch Das macht mich schon ganz schön traurig Das macht mich schon ganz schön traurig Oh, die hat gekneit, ne? Ich auch Aber er ist ja knapp gewesen Aber was glaube ich, der gerade ist? Das sind keine Der Biscoe eigentlich ist ein bisschen Suizid bezüglich, oder? Nee Denk mal daran, dass es keiner interessiert, dass keiner auf deiner Laberei antwortet Ja Aufgefallen Dir auch? Mach mich sehr set Ja, mich auch Ja Ich will mir die dann Das geht Wir schreiben ja morgen Chemie-Test, das hab ich ganz vergessen Was? Ich hab, na, ich hatte Ulti-Strotte Na, herren Was, tun wir das? Ja Ach du Scheiße Oh Du willst es wirklich? Ja Worüber? Worüber? Über Der Stoffe? Fettsäuren und so Der Stoffe Fettsäuren und so Der Stoffe Fettsäuren und so Genau, die über die Fettsäuren und so Der Stoffe? Kacke Das hat bestimmt wieder richtig Kack-Test Wie immer Ich hab mir den auch nicht eingeschrieben Bei dieser einen bestimmten Lehrerin Man, die Bionic-Test ist so schwer Äh, ich red grad über Chemie Ja, aber es ist ja das gleiche Ja, aber es ist ja das gleiche Die gleiche Lehrerin meine ich Ja, bei Bionic lernt man ja nicht, weil der Navi ja nicht ist Da kommen einem die Tests auch schwer vor, ja Oh, Teleport ist wieder ab Müssen wir nachher nochmal genau sagen, was ich tun muss Wie tun muss? Lernen muss Ja, es kommt einfach alles das dran, was wir neu haben Ab diese Vinalstoffe da Hier Kohlenhydrate und Fett und was wir da alles hatten Everything Ja, nicht Ist ja nicht so viel Manchmal haben wir drei oder vier Seiten oder so Ja, oder vier Seiten ist doch viel Tarnbar Ja, ist doch normal Standard von Tests zu drei, vier Seiten Ja, klar Ja War ja auch Kappa Ach ne, der hat Dornpanzer Ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun sollte Komm mit Tom Ich glaube nein Verzweifle nicht Ich ulte dich Na, der Redbuff kann ich zum Ausreißen Ey Danke Ich assiste ja immer alle Leute und kriege nie Kills Ich hätte erst immer noch eins Immer noch einen Kling von dem Ein paar Olo Okay Ich geh gleich auf K Oh, wir machen ein bisschen Smalltalk Ich glaube, er frag mich Oh, äh, 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 scheiße Es ist einfach nur so schlecht, was ich tue Das ist toll Aber Andy, man muss Prioritäten setzen Ich hab noch, ich hab noch so gedacht Nee, den soll ich jetzt nicht angreifen Oh, kill, kill, kill Oh, kill, kill, kill Wie die viel mehr Komm, fang mal Drake an Nein, Jinx, hit ihn nicht Hit ihn einfach nicht Kiten nicht Kiten Wir sind jetzt gestorben gegen den Garen Weil der Sonnenpanzer hat Ja, warum verfolgt die den denn auch? Weiß ich nie Dann soll sie sich ganz viel mehr Gere-Sistenz kaufen Ich hab aber auch den Fehler gemacht Ja Das als Platz Mir war ja sofort klar, dass man Stomper zuhörte Garen will nicht fokussen Ganz böse Noch wieder Tumor auf den Chat Lol Ja Mh, das fühlt sich so gut Ihr könnt euch alle den Chat durchlesen Ich lesen nicht durch Wohin wir mal in eine Kappa hinschreiben, alter Ah, nein WG Lol, ich hab nicht mehr gesmited Ich hab gesmited von der Verbrengung Der ist neu Hey Ich hab gesmited, Junge Ach, das hat auch Ach so, ja, stimmt Bjarne aufs Meister Schon weise, hab ich gehört Bin auch gleich erreicht Einen Moment noch Hätte gerne den Kill, danke Ah, Mann Ich muss einfach danceen Ich hab ein Butter Ich hab' dem Ab, das ist gesehen Uhhh Habt ihr es gesehen? OHHH Der ist einmal gestorben und dann hat er Wiederbeleben genutzt. Ach der hat Wiederbe... Was? Was? Oh der Blitzcrank Outplay. Tom du solltest da rennen. Ist tot ne? Oh ich krieg ihn! Oh fast! Ja fast. Ganz knapp. Warum ging der Minion nicht tot? Ne lass mal lernen. Warum ging der Minion nicht tot? Das verstehe ich nicht. Ja das ist trotzdem kacke. Weil... The... Minion... Weil... Oh Tom bist du wirklich so blöd? Die. Wie wird ein Die geschrieben? Dann ticke ich halt den Blue meine Güte. Die IE. Ha das war nur ein Scherz. Ja weiter. Die Jinx versucht schon wieder den Garen. So. Da. Da. Bin so durch. Da. Oh ich war schon lange nicht mehr weg. Das hab ich schon früher mal gemacht im Allshed irgendwas zu spammen. Das Spam irgendwas schreiben. Ah mein Hobby. Ist ja mein Hobby. Mein Hobby. Niemand fragt was dein Hobby hier Allshed Spammen. Komm. Diese Bottle sieht echt nervig aus. Hab ich das Gefühl. Oh die Chivana komm. Bitte öffne die Chivana. Achso die ist Blau. Ja. Bisschen. Na diesmal ultisch nicht. Weil du mir den Clubs staubst. Machst du ja sowieso aber. Was genau versucht die Chivana? Ja. Ha verdammt. Ha verdammt. Hast du geflasht? Ja. Ich wollte Autotec machen aber ich hab mich zu weit geflasht. Weil ich hab dann nicht Autotec gemacht. Oh der Teleport. Ne oh wirklich hättest du nicht gesagt dass ich mir den Kill abstauben soll dann hätte ich es auch nicht gemacht. Na ja das sagen sie immer. Oh shit das Garen. Lol. Hallo Garen Ulti aus dem Bus. Und hallo Ward der nicht im Bus steht. Der Bus. Oh nein der Bus. Ich hab den Bus verpasst. Alter der Garen. Tom spammt die ganze Zeit in Chat. Ich hoffe ihr könnt das alle lesen. Es ist richtig random einfach nur. Was ist random? Dein Chat gespamme. Nein. Es ist nicht. Ich out mache immer. Ah. Ups. Don't do. Hey Andy das war nicht fair. Du hast geflasht und ich hatte keinen Flash ready. Dieses hässliche Magieresistenz Item ist ja eklig. Wer? Garen? Ne. Riven ja. Das ist Yolo. Naja. Aber es ist halt trotzdem da. Aber das ist glaube ich gerade nicht da. Die kommt gleich über die Wand gesprungen Tom. Wird Lying so geschrieben? Also Lügen? You are lying. You are lying. You are lying. Hä? Wird das so geschrieben? Es wird nicht so geschrieben. Es wird nicht so geschrieben. Es wird nicht Y geschrieben. Ja. Aber auch wenn man es dann mit Ingen schreibt? Ja. 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 Äh. Ich glaub du solltest auf die Hanna. Auf die Hanna. Alter die Jinx hat mich fast getötet. Alter. WTF? Geh auf die Hanna man. Die Hunde. Äh. Jinx. Alter Junge. Frasch halt das mit Lane. Garen kriegen wir sowieso nicht tot. Äh. Wir haben so viel AP Damage im Team alter. Garen ist auch immer auf der Bot Lane ist ja gut. Ja das ist das einzigste Gute alter. Oh und hat den Tower zur Sport. Richtig gut. Tja. Hat wohl nicht so richtig funktioniert Pantheon. Äh. Ja genau Pantheon. Weg. 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 Neu. Wirklich leer. Jetzt so wenig cooler und wenn ich wieder da bin. Jetzt eine Minute Junge. Also ziemlich genau eine Minute. Hm. Jetzt schon gleich wieder Fottl. Hilfst du mir schnell beim Drake? Tom. Machst du den Garen schnell? Komm da. Was? Ich muss überhaupt ein Ausschuss schreiben. Da hingehen. Faster boys. Ups. Ich brauch's nicht. Da ist der Garen. Ich geh weg. Komm komm komm. Hier die haben wir noch. Ne. Für sie. Ohhhh. Das war so ein easy kill. Rhythm ist top gehst du dahin Tom. Ich hab's so gut gesmited vor allem auch gerade. Das hat niemand gesehen oder? Gehst du bitte dahin. Tom. 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 Geh mal bitte Pottl. Ich hoffe die ganze Zeit nur mal hören. Du läufst die ganze Zeit nur Kümmel. Weil Tom ja das eigentlich aussetzt spammt. Hat er das letztes Spiel auch schon gemacht? Nein. Alter hat er noch einen afk und Tim. Eh, da muss ich ja drei hatten. Aber hier muss ja nicht drei hatten. Das gibt mir auch so. Doch musst du. Weil wir nicht. Ja. nicht unbedingt hundertprozentig gewonnen haben. Hallo Riven. Hallo Riven. Ich mach mal den Top Tor. Ich glaub daran. Er wird dann halt jetzt nicht mehr. Warte ich tricke. Naja. Komm mal nur mit 10. Ich glaub nicht mein Freund. Gogo 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 gogo. Move on. Move on. My friend. Okay. Ist euer. Oh oh da ist noch jemand. Oh. Oh. Ich komm weg. Nein. Die Andy Q hat so ne kack Auto. Peter. Lass mir den kill. Lass mir den kill. Lass mir den kill. Lass mir den kill. Ich bin fast da. Oh du Scheiße. Äh. Ich brauch hier Hilfe. Für den Garen. Den kriegst du doch easy. Locker easy. Ist locker easy deiner. So viel Schaden. Er hat irgendwie leicht viel Zeug. Sehr gut. Komm wir beenden das jetzt einfach. Ich hab keine Lust mehr. Tom. Komm. Kommst du hier her? Was? Nein. Ich muss in der Base danceen. Ganz wichtig. Warte. Hast du mal ein Wort da irgendwo hin kommen? Ich will teleportieren. Hier ist einer. Nein. Hier in die Base. Das sind Minions. Nachts. Ja gut. Ich dachte schon. Du stehst ihn jetzt hier hin. Warte. 5 Sekunden. Hier ist noch einer. Depp ist nicht. Scheiße. Nein doch nicht. Du stehst im Tower. Na und. Die stirbt trotzdem. Ja. Hallo. Hast du dich zur Wache gehört? Oh Gott. Mist. Shyvana war ja auch noch da mit ihrer scheiß Ulti. Die kommen jetzt ja alle. Aha. Nein. Geil. Hast du die Base geflasht? Ja. Ja. Scheiße. Die endet aber einen Autotec rausgekriegt, sonst wäre er exekutet worden. Mann oh. Da gab er sich TP. Weiß nicht wohin. Wahrscheinlich nicht dahin oder so. Und dann macht er hier den Tower Solo mit seinem 3000 HP. Das macht aber keinen Schaden. Da ist der Garen. Ich hab ihn gefunden. So ein Wimmelbild. Finde den Garen. Find de Garen. Die wird den Hitl ich sag's dir. Einen Hitl sollte das überstehen. Nein. Ja. Ja. Außer sie gerittet. Der Blitzkrieg opfert sich. So ein Victim alter. We have to take some hostages. Let's rescue some hostages. Ja guck mal an. Das war close. Komm mal, wir holen den Garen. Alter, ich mach dem keinen Schaden, glaub ich. Alter, aber ich. Du kannst nicht mehr slowen. Warte, ich komme auch gleich. Weil ich die Top lane. Warte, ich slow ihn weiter. Zwei. Und stun. Und ganz viele Gegner. Alter, ich bin die ganze Zeit da war gestunt. Warte, fuck. Ich war die ganze Zeit. Ich konnte nichts machen. Alter. Nein. Ich war gestilenced. Dann gestunt, gestunt, top, go. Oh no. Was ist das? Ja, ich hab nen Kögel gemacht. Eins wie zwei. Ey, das ist schon wieder Throne, ey. Das ist echt traurig. Oh, 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 oh nein. Die hat ihn bekommen. Oh mein Gott. Gut, aber ich hatte doch ziemlich den Schaden gemacht, ey. Jinx, bist du irgendwie blind? Ja. Oh, dieser Kite-Versuch. Die hat auch noch einen Panzer. Die hat auch noch einen Panzer, oh mein Gott. Ist halt so schlecht, ne? Ohne Scheiß. Ich bin der Einzige, der die... Ich bin der Einzige, der die meisten Kills hat. Nein. Achso. Ja, denn wir wollten mindestens fünf Kills denied. Ha. 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 Bestimmt. Immer dieser Ausreden. Ja, ja. Ich hab ihm wirklich mindestens drei gesteilt oder so. Und dann haben wir einmal die Rings eingesteilt und dann einmal den Busflang. Also ich treu hier sogar am Allshot und ich bin trotzdem besser als hier. Ach ja. Stimmt. Ja, ich... Deswegen macht man auch das Spiel. Weil du flenst vorn rum. Gib mir die Ki! Gib mir die Ki! Gib mir die Ki! Ha. Komm, wir töten die jetzt. Wir sind das Powerteam einfach nur. Aber da hab ich auch mal zum Powerteam gehören. Nein. Ja, komm mit, top, komm mit, top. Also Friedrich sagst du nein. Ey, Leon sagt nein. Ich glaub, das ist total begeistert. Das ist eigentlich nur die Stundenpieples. Äh, wir müssen mal Baron warten. Wenn die Krabber machen. Hey, wir spielen den einfach, wenn die den machen. Wir brauchen kein Wort. Wir haben nur einen Zweck. Ich will auch noch weiter. Mein, mein, mein Silber... Oh. Äh, ich hab den Beste. Das Problem ist, dass die jetzt... Komm, wir machen den einfach. Äh, Leon geh schon mal weg, Leon geh schon mal weg. Lol, der hatte Weihnachtsmütze auf. Obwohl, geh noch nicht weg. Geh erst weg, wenn... Komm, wir machen den Baron. Die gucken grad nicht. Leon, ich brauch dich. 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 Ganz dringend. Aha. Das war dumm. Ja. Ich mach den immer noch keinen Start. Ich mach den immer noch da, meine Freunde. Ich mach den immer noch da, meine Freunde. Yes! Karon, du bist doch tot! Komm, base race! Base race! Base race! Base race! Ey, dann sollten wir aber einen Baron mitnehmen. Nein, base race. Guck mal, die pushen unsere Leute, die Mates. Pushen die raus. Einfach! Tank! Jetzt nicht mehr. Tschüss! Los, lass noch Baron. Mach jetzt Baron. Go, 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 go. Schneller. Los. Ich hab den Baron gekriegt. Ich hab jetzt alle zum Breakrennen. Los, go, 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 go. Jetzt steppen wir schon wieder alle. 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 Oh, das ist die Vana. Oh. Komm, wir friedlich auf. Aber ich bin nicht so schnell. Oh, das ist ein Garon. Du kommst. Ich hab nichts gegen den Garon gewirkt durch. Du hast nichts gegen Garon, ist aber sehr tolerant. Komm, komm, kite den, kite den, versuchen. Ich bin so schnell. Aber ist viel AP. Alter. Alter. Biss der Frick ist. Neuer bin ich echt dumm. Hab ich auch gehört. Woll ich any, 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 any. Oh Gott. Ich rühlt mich einfach selber. Nice, nice, nice. Alter, mach so viel Schauen. Den IndipDev, den IndipDev. Go, 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 go. Super ist Fastback. Und kauft ihr noch schnell HomeGuard. Teleport. Alter. Wirklich. Dein Teleport ist kürzer als... Dauerklinger meinste. Mission Successful. Teleport und Flash, egal. Alter, meine Güte. Das Game. Ja, erstmal. Mein hart ist so knallig. Äh. Mein hart ist knallig. Schlagig. Los, wir pushen jetzt. Wir pushen jetzt Botlane. Alle auf dem Weg zur Botlane. Nein. Let us press on. Ja, wir pushen jetzt mit Inhib, würd ich sagen. Okay. Ich push. Aber passt, passt, passt. Oder wir machen es so, ihr passt mit lane auf. Ich brauche eigentlich noch meinen Lernstab, Leute. Ich brauche noch 150 Gold auf den Lernstab. Ja, wir machen es jetzt mit Inhib und sterben alle und dann... Schauen wir weiter. Geht weg, geht einfach weg. Geht einfach weg. Okay, tue sie sich da. Ich bin nicht da. Leeren Kompott. Da haben wir Baron Minions. Für lange. Wo hat er wohl jemand seinen Baron verloren? Ja, Annie hat mich gewo... One-Shotted. Naja, nee. 5.000 Kombot. Tom hilft, hilft Jinx, hilft Jinx, hilft Jinx. Guckuck. Du kriegst bis die... Der, der Garen One-Shotten kann. Komm, schneller. Schneller, schneller, schneller. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich dominieren. Mach gut. Danke, Friedrich. Komm, wir haben Baron Minions. Wir enden den Scheiß. Wir enden den verkackten Scheiß. Wer ist schneller? Wer ist schneller? Dacht Annie. Annie, Annie, Annie. Nee, nee. Komm, haut drauf. Du musst sie töten. Du musst. Bring sie an. Kann ich nicht. Scheiße. Spank. Immerhin habt ihr den In-Nap. Ist doch gut. Wenn der jetzt noch wegkommt, ist hier lang. Super-Sarwallen. Ich krieg zwei Mal Super-Sarwallen. Doch, wollte ich sagen. Alter. Tom, wir brauchen dich tapfen. Der Garen, der macht ja alle kaputt. Der, äh, welche, welche Schuhe soll ich denn kaufen? Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Blitzkrieg hat den aus der Ulti rausgeholt. Werden dann einen Rort aufstellen sollen, dann hätte ich mich irgendwie teleportieren können. Also das bringt zwar nichts, aber... Ach, das wäre nicht gut gewesen. Guck mal, die Annie, die tanzt. Das ist übelst süß. Oh, sweet! Oh, ne. Die war so sweet, die Annie, oh. Oh. Meine Wölfe. Meine Schildkröte. Okay. Die lass ich dir sogar. Hm, 35 Gold. Oh ja. Hier steht doch ein Bart übrigens. Hier steht doch ein Bart übrigens. Aber der Annie steht doch ein Bart übrigens. Ach, das ist ja gar keine, das ist nur eine Kröte. Die Ulti sind dann oder so. Ich muss kurz davor abbrechen. Der Blitzträger hat sich nicht mehr gestohlen, die Schildkröte. Was ist das? Mit Passiver von der Ulti. Komm, wir machen Mitte, wir machen Mitte, wir machen Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Ich bin da. Das sind einfach One-Hits für mich. Komm, los, 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 los. Geh doch da ein bisschen. Oh, ich hab das ausleckt. Oh, ich hab das ausleckt. Oh, hohoho. Oh, oh. Oh, oh. LOL. Ich hab euch geflasht. Die kamen halt, ist danach noch. Oh, nice. Ja, wir können sie surrendern eigentlich. Batsch. Schaffen wir noch? Nee, die Jinx schafft das nicht. Nicht 50 Sekunden lang. Wäre die Jinx da gewesen? Die war wieder nicht da, ne? Die haben eigentlich... Beide DFG... War eigentlich Blitzkrieg schuld, dass sie sich da hucken lassen hat. Aber die In-Haps durften bald wieder da sein. Sieht man das irgendwo? Mal hier? Doch, sieht man. Es würde außerdem kommen. Ah, please don't end. Halt vor uns. Nooo... Ich hab auch an der Base gekillt. Können wir Surrendern? Nein, 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 wir Surrendern. Höchstens im letzten Moment. Oh, Blitzkrieg ist wieder da, Blitzkrieg ist wieder da! Blitzkrieg ist wieder da, was wir verloren haben. Blitzkrieg! Blitzkrieg! Oh, nee, oder? Ach nee, doch nicht. Warum nicht zweimal? Nee, das funktioniert aber nur... Der gewinnert mich halt einfach kein LoL mehr. Es geht nicht mehr. Ja, ja. Aber ich war ja ganz gut, ne? Also... Ja, ich war auch ganz gut. Ja, ganz, ganz gut. Gute Leute, das war ne neue Runde LoL. Ich hoffe, wir gewinnen die nächste dann mal wieder. Ey, ich hatte noch KS Go gespielt, hä? Ach ja, hast recht. Und, ähm, auf jeden Fall bis zur nächsten Aufnahme. Haut rein, Leute! Sound... Sound...